Hilf mir heute beim Stypress Hill Interview das wir heute durchführen werden Yeah, hier live und direkt in GBZ-TV hier in, wo sind wir? Kölle hier vor so nem nicen Headshop, Alter da wo wir gleich rein rocken, kennst ja jeder GBZ-Tollecker weiß bescheid, was ein Headshop wird's machen Auf Tash, ey Eureen Auf Tash krieg auch nen Flash, wir gehen gleich rein So sieht's aus und philosophieren ein bisschen über Hash Yeah Mit Cypress Flash Boah, was für ne Ride, Alter Cool, Mann Was war das? Wagen, Alter Okay, bis gleich Alice Salmon Mal was, was steht drauf? Du bist der Original Pulli-Man, Ecstasy-Fan Brauchst nur mit nem Pulli auf einen meiner Shows deinen Namen nennen und nur mit diesem Pulli kommst du sonst rein, hau auf, schlag dich Dirty ein So Und Reen am 16.07. Wie gesagt, dieser Pulli funktioniert gleichzeitig als Eintrittskarte Wir brauchen Leute auf unseren Konzerten Somit, danke, dass du bei Gunnar.de angeklickt hast und uns unterstützt hast und somit unterstützen wir auch dich mit diesem Pullover Du wirst halt auch Erfolg bei Frauen haben, bei deiner Arbeit Ich kann diesen Pulli nur empfehlen, der verleiht super Kräfte Ja, Philipp, du musst uns nur noch deine Adresse schicken Genau, Philipp Die Adresse MC Rene Ne, wir haben gleich deine Seite mehr geschafft aber der Link, der ist natürlich auf Giga.de Der Link, genau www.msrene.de Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr da wart Alles klar Glaub ich auch Und das ist das fetteste Shirt hier Vielen Dank Vielen Dank